Schauen Sie sich mal diesen Chevrolet an. Der Antrieb wird von einem Benzinmotor geleistet und einer Automatik. Selbstverständlich gehört zu einem Cabrio auch ein Luxusinterieur. Dieser VW zum Beispiel ist mit Extras wie einem Head-Up-Display, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik ausgestattet. Dieses Auto hat unter anderem auch eine Rückfahrkamera, ESP und Tagfahrlicht. Möchten Sie diesen Sommer auch mit offenem Verdeck fahren? Dann kontaktieren Sie uns für eine Probefahrt mit diesem Auto. Untertitelung des ZDF für funk, 2017